Ich wollte noch mal ein kleines Video machen. Und zwar habe ich heute ein neues Handy geholt. Ich werde es jetzt mit euch auspacken, aber das Problem ist, meine Kamerastativ ist nicht schwer genug, so wie ich das jetzt stehen habe, aber cool. Das kann ein bisschen wackeln, heißt das. Durch runter. Das ist jetzt vom Herrn. So sieht der Vorderseite aus, und so die Rückseite. Das war jetzt ein Angenot, ja, Schnittscharf, hoffe ich. Ja, wenn wir jetzt auch drinnen fahren, also zweimal, fahren wir das mal rum. Schön. Also, hier ist schon mal nichts mehr drin im Deckel. Hier kommt schon gleich ein Handy hingegen. Uiuiui. So kommt das Zeug raus. Okay, da oben noch ist drin. Das ist wohl, wir sehen könnten, so ein Kartentol. Das ist manchmal natt. Wenn die Statt kommt. Das hat sogar noch richtige Kopfhörer. So, jetzt hat das. Das ist ja so ein Paket her. Ja, das ist alles drin, das wissen wir nicht. Ah, Anleitung. Ja. So. Jetzt gucken wir das Zeug so hin, das ist irgendwie ein bisschen zusammen. So. So da rein, dann kommt die Scheiße hier. So da rein. Irgendwie, wie auch immer die sie ist. So wahrscheinlich, dann setzt der drauf. Und dabei. Das gehört so rein. So. 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 Speaking. Da war das Handy drauf. Genau. Geil. anschalten sehen könnt also ich habe es schon schmutzig gemacht weil es eine folie drauf ist ich wollte es nur noch so nicht vorenthalten deutsch natürlich ok es ist Das war's mein Name. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.